Die Beschreibung für Ritter 4. Dieser Rang wird an diejenigen Ritter 3 vergeben, die nach 23 Wochen Training und Erfahrung in GRM für eine Beförderung in Frage kommen. Die Anforderungen sind die erfolgreiche Erfüllung des Ritter 3 Liederranges. 23 Wochen in GRM unterhält eine Abteilung mit mindestens 500 Mitgliedern, die von einem Ritter 5 zur Beförderung ernannt und von einem Meister genehmigt wird. Die Anforderungen für Ritter 5 ist erfolgreiche Erfüllung des Liederranges, 30 Wochen in GRM, Aufrechterhaltung eines Bataillons mit 800 Mitgliedern und Start eines zweiten Bataillons, von einem Meister Beförderung ernannt. Die Aufgabe hierfür ist, sie sind dafür verantwortlich sich um 2 bis 4 Bataillone zu kümmern, die sie gebaut oder geschaffen haben, schwierige Entscheidungen in Bezug auf den Nutzen von GRM zu treffen, Abteilungssitzungen abzuhalten, Ritter 4 auf dem Laufenden zu halten und den Verhaltenskodex einzuhalten. Sie sind verantwortlich für die Förderung oder Herabstufung von Ritter 4 sowie für jeden anderen niedrigen Rang in ihren Divisionen. Sie haben auch die Pflicht, Probleme, die in ihren Bataillonen festgestellt wurden, der GRM-Datenbank im Tempel in richtigen Form zu melden und sie dem GRM-Datenbankmanager zu übermitteln. Sie sollen auf der Webseite aktiv bleiben und andere dazu ermöglichen, dasselbe zu tun.